Herr Würmann, danke für die Einladung zum Frühstück und nochmal Dankeschön dafür, dass wir das aktuelle Projekt wieder zusammen umsetzen konnten. Wir sind die Firma Würmann, ein familiengeführter Handwerksbetrieb aus niedersächsischem Lohne. Wir haben ca. 20 Mitarbeiter hier am Standort und beschäftigen uns mit der Technik rund um die Eierindustrie. Mein Vater hat angefangen vor über 40 Jahren, ist gelernter Elektromeister und hat in der landwirtschaftlich geprägten Gegend hier die Hühnerhalter in technischen Angelegenheiten unterstützt. Also über diese Tätigkeiten meines Vaters haben wir Kontakte zur niederländischen Firma MOBA aufgebaut, die wir in Deutschland im Vertrieb als auch im Service unterstützen. Mittlerweile sind wir aber auch Zulieferer geworden. Wir stellen hier in Lohne Anlagenteile her, die MOBA weltweit vertreibt. Unsere Teile der Anlagen liefern wir selbst von hier aus, montieren wir und machen auch den Service weltweit. Wir sind sehr zufrieden mit den Produkten der Firma Yaskawa, daher werden wir die auch weiterhin einsetzen. Wir sind ja schon seit sechs Jahren Partner und haben in der Zeit fast 2000 Umrichter eingesetzt und haben keine nennenswerten Rückläufer. Das ist gerade, da wir weltweit ausliefern und sehr auf Zuverlässigkeit angewiesen sind, ein wichtiger Faktor und daher setzen wir weiter auf Yaskawa und eine Zusammenarbeit. Ja, dankeschön. Das freut mich zu hören. Mehr Lob kann man sich gar nicht wünschen als Hersteller. Ja, wer hätte gedacht, dass hinter so einem kleinen Ei so ein großer logistischer Aufwand stecken kann. Klangverdal